Ich bin Petra Bayer und das ist mein Mann, Thorsten Bayer. Gemeinsam führen wir das Restaurant Brunnenstuben seit zwölf Jahren in Waiblingen-Beinstein. Mit unserem tollen Team kochen wir saisonale, regionale Produkte. Zusammen leben wir unsere Kreativität frei aus. Wir gestalten alle paar Wochen eine neue Speisekarte mit drei unterschiedlichen Menüs. Nachhaltigkeit und Regionalität sind uns sehr wichtig. Deswegen haben wir uns über die Jahre ein tolles Netzwerk von hervorragenden Lieferanten aufgebaut. Natürlich darf im Lremstal der Weine aus unserer Region nicht zu kurz kommen. Diesen ergänzen wir durch Weine aus Europa, um euch schöne Weinbegleitungen zu unseren Menüs anzubieten. In unseren drei Menüs bieten wir euch vegetarische, internationale und schwäbische Küche an. Wir freuen uns, wenn wir euch bald in den Brunnenstuben begrüßen dürfen. Wir freuen uns, wenn wir euch bald in den Brunnenstuben begrüßen dürfen.